So, kleines Informationsvideo. Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr wisst ja, ich gehe bei der Zeit zu Oktoberfest. Das ist ein kleines Infovideo. Es tut mir leid, dass ihr zurzeit sehr wenig auf meinem Kanal kommt und so. Ihr wisst ja, ich habe zurzeit beruflich sehr viel zu tun. Es ist bei uns sehr viel Arbeit. Ich habe sehr viel zu tun beim Kochen. Ich bin ja Koch und so weiter. Und dann kommt noch München, die Vorfreude. Und ja, genau Leute. Ich hoffe, ihr versteht das. Dass jetzt zurzeit so eine kleine Phase kommt, wo wenig Videos kommen. Kleines Infovideo. Ja, danke für euer ganzes Abo. Ihr seid die besten Abonnenten der Welt und so. Das wollte ich sowieso sagen. Und ich bin gut ausgestattet mit einer Lederhose. Mit dem passenden Socken. Mit dem passenden Hut. Gut, das ist so. Ich weiß nicht, wie man den trägt. So, nee, das ist falsch. Das ist auch falsch. Ich würde mal sagen, so. Und dann das ein bisschen so machen. Und ja, wird schon gehen. Ich freue mich auf jeden Fall mega. Wer wisst ja, ich werde am Dienstag um 14 Uhr am Hauptbahnhof sein in München. Und ja, dann so um 15 Uhr werde ich wahrscheinlich irgendwo im Zelt hocken. Äh, und dann Alkohol trinken. Geil! Ja, ich freue mich. Der junge Zucker freut sich. Und, äh, ich werde auf jeden Fall versuchen, ein paar Videos zu machen. Äh, runter. Wir sehen uns. Haut rein. Und, äh, in den nächsten Tagen kommt dann mal wieder ein Video. Ein Lebenszeichen von mir. Bis dann. Ciao.